Esther Schweins ist eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Moderatorin und Theaterregisseurin. Ihre Karriere begann sie in den 1990er Jahren als Komikerin in der Fernsehsendung RTL Samstag Nacht. Seit 1994 spielte sie bislang in über 70 Film- und Fernsehproduktionen mit, u.a., in Filmen wie Der Trip, Die nackte Gitarre 0,5, Das super Vibe, Höllische Nachbarn und Die Hälfte der Welt gehört uns, als Frauen das Wahlrecht erkämpften. Privatleben Esther Schweins, Tochter eines Teppichhändlers und einer Fotografin, wurde in Oberhausen geboren und wuchs gemeinsam mit ihrem Bruder in Viernheim auf. Bei einem Urlaub in Sri Lanka im Dezember 2004 wurden nach eigenen Angaben Schweins und ihre Mutter von einer Tsunamiwelle infolge eines Erdbebens im Indischen Ozean mitgerissen. Unter dem Eindruck des Ereignisses reduzierte Schweins ihre materiellen Besitztümer. Sie engagiert sich seitdem für die Tsunamiopfer in Sri Lanka. Sie gab auch ihren festen Wohnsitz in Deutschland auf und lebte vorübergehend bei Freunden und in Hotels. Seit 2008 hat sie wieder einen festen Wohnsitz auf Mallorca. Von 1995 bis 1997 waren Schweins und ihr Schauspielerkollege Ralf Bauer ein Paar. Ab 2006 war Schweins mit einem Landwirt auf Mallorca liiert und bekam mit ihm eine Tochter und einen Sohn. Ihr Lebensgefährte starb im September 2017 an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Karriere frühe Jahre und Theater Nach Abschluss ihrer Schulzeit nahm Schweins Schauspielunterricht in Karlsruhe, wo sie 1991 am Theater Die Insel sowie bei den Gängenbacher Festspielen unter der Regie von Werner Wedekind in Goethes Faust i. die Rolle der Lilith spielte. Nach ihrer Rückkehr ins Ruhrgebiet setzte sie ihren Schauspielunterricht ein Jahr lang an der westfälischen Schauspielschule Bochum ohne Abschluss fort. Während dieser Zeit jobbte sie in einer Castingagentur und als Moderatorin, U. A. im Bavaria-Filmpark in Bottrop sowie bei der Avantgarde-Modenschau Art Couture. 2000 nahm Schweins ihre Arbeit als Theaterregisseurin auf, indem sie die Regie für die deutsche Version des Einpersonenstücks Caveman, das in den Folgejahren auf zahlreichen Bühnen in ihrer Inszenierung zur Aufführung kam. Mit Covermann-Darsteller Christian Bader inszenierte Schweins 2009 mit Heidet. Eine weitere Einpersonen-Comedy, die ebenfalls auf Tournee ging. Film und Fernsehen 1993 kam Schweins zum Fernsehen. Sie war Gründungsmitglied der erfolgreichen Fernseh-Comedy-Reihe RTL Samstagnacht, eine deutsche Variante der US-Show Saturday Night Live, die sie erstmals einem breiteren Publikum bekannt machte. Großen Erfolg hatte sie dort mit einer Parodie der damaligen MTV-Moderatorin Christiane Backer als Christiane Kacker. Für ihre Leistung in der Show bekam sie 1994 den Bambi- und den Bayerischen Fernsehpreis. Sie blieb bis zum Ende der Comedy-Show 1998 neben Wiegald Boning, Olli Dittrich, Stefan Jürgens, Tanja Schumann und Mirko Non-Chef festes Ensemble-Mitglied. Seit 1994 spielt Schweins regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen mit. Ihr Debüt gab sie in der Fernsehserie 3 zum Verlieben. Es folgten Rollen in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen. In der Filmsatire der Trip, die nackte Gitarre 0,5 spielte sie 1996 neben Dieter Thomas Kuhn die weibliche Hauptrolle der reichen Petra. Sönke Wortmann besetzte sie in seinem Spielfilm Das Superweib. In der RTL-Komödie Höllische Nachbarn und deren Fortsetzung Höllische Nachbarn – Nur Frauen sind schlimmer – war sie als Katharina Buck an der von Markus Majowski, Anna Loos und Christine Kaufmann zu sehen. In der Artefernseedokumentation Die Hälfte der Welt gehört uns – Als Frauen das Wahlrecht erkämpften spielte sie 2018 als britische Frauenrechtlerin Emmeline Punkhurst eine der weiblichen Hauptrollen. Seit 1995 übernimmt Schweins regelmäßig in zahlreichen Fernsehserien und Reihen, u.a. in Alles außer Mord, Tatort, Denninger, der Mallorca-Krimi, Blond, Eva Blond, Donna Leon, Das Traumhotel, Das Traumschiff und Inga Lindström, Gastrollen. Sie spielt auch mehrere feste und wiederkehrende Rollen in Film- und Fernsehreihen. In der sechsteiligen Sat. 1-Fernsehreihe Ein Fall für den Fuchs mit Walter Sittler und Simone Tomala in den Hauptrollen übernahm sie als Sandra eine Nebenrolle. Seit 2020 gehört sie in der ZDF-Serie Blutige Anfänger seit der ersten Staffel als Kriminalpsychologin bzw. Dekanin der Polizeifachhochschule Dr. Julia Salomon zur Hauptbesetzung und verkörpert seit jenem Jahr als Staatsanwältin Barbara Geldermann eine durchgehende Nebenrolle in der ARD-Fernsehserie Die Kanzlei an der Seite von Herbert Knaub und Sabine Postel. Esther Schweins betätigt sich neben ihrer Arbeit vor der Kamera auch als Synchronsprecherin, U. A. Lise Cameron Diaz zwischen 2001 und 2010 in den, Schreck, Filmen als Prinzessin Fiona ihre Stimme. Moderation von 2002 bis 2011 moderierte Schweins für den damaligen ZDF-Theaterkanal und für drei satt die Magazinsendungen Foyer und Theaterlandschaften. 2019 führte sie durch die fünfteilige Arte Reportage Reise Yoga in Indien. Im selben Jahr präsentierte sie in der NDR-Sendung Mehrwissen – Besser leben – eine Reportage zu den Themen Plastikmüll in den Ozeanen, Lebensmittelverschwendung und Wegwerfmode. Politisches Engagement vor den Bundestagswahlen von 2002 und 2005 engagierte sich Schweins im Wahlkampf jeweils öffentlich für die SPD. Auszeichnungen 1994 Bambi für RTL Samstag Nacht 1994 Bayerischer Fernsehpreis für RTL Samstag Nacht Bayerischer Fernsehpreis für RTL Samstag